Nach seinem Sieg bei Let's Dance ist Gabriel Kelly der neue Star der Kelly Family. Und die Familie ist begeistert. Nach seinem Let's Dance-Sieg war Gabriel Kelly mit Profitänzerin Malika Zumef zu Gast in der RTL-Sendung Stern TV am Sonntag. Dort hatte Moderator Dieter Könnes eine ganz besondere Überraschung für den neuen Dancing-Star. Sein Lieblingsonkel Joey Kelly überraschte ihn in der Sendung. Joey Kelly überrascht Gabriel Kelly bei Stern TV am Sonntag. Joey Kelly selbst ist hierzulande selbst seit Jahren eine Musik- und TV-Ikone. Neben seinen Erfolgen mit der Kelly Family kann er inzwischen sechs Wok-Weltmeisterschaftstitel vorweisen. Überhaupt ist es schwer, sich innerhalb der Kelly Family einen Namen zu machen. Schließlich hat die Familienband weltweit über 20 Millionen Platten sowie 2 Millionen Videos und DVDs verkauft. Allein in Deutschland ging das legendäre Album Over the Hump in den 90ern über 2,5 Millionen Mal über die Laden tecken. Den Song in Angel kann hierzulande jeder mitsingen. Letztens, Maite Kelly siegte 2011. Ja, innerhalb der Kelly Family aufzufallen, ist schwer. Nicht einmal der Titel-Dancing-Star macht Gabriel innerhalb des Clans einzigartig. Seine Tante Maite Kelly errang diesen gemeinsam mit Christian Pollanck bereits im Jahr 2011. Jetzt hat Gabriels Vater Angelo Kelly augenzwinkernd ein Zeichen gesetzt, mit dem er seinem Sohn Respekt für seinen Sieg bei Letztens zollt. In seinem Instagram-Profil steht seit dem Wochenende direkt unter seinem Namen die Bemerkung Vater von Gabriel Kelly. Der findet es klasse, ich kann nicht mehr, lässt er seine Fans auf Instagram wissen, und fügt ihm einen lachenden Smiley bei. Letztens, Angelo Kelly würdigt Malika zu Miffs-Leistung. Ja, Angelo ist stolz auf seinen großen Sohn. Danke, liebe Malika, dass du unseren Sohn Gabriel so liebevoll in die Welt des Tanzes geführt hast, schrieb der Musiker nach dem Letztens-Fanelli auf Instagram. Junge Menschen brauchen, außerhalb der Familie, Mentoren im Leben und dafür sind wir dir sehr dankbar. Dann richtet er sein Wort direkt an den Filius, Gabriel, du hast in den letzten Monaten immer 100% gegeben und bist dabei du selbst geblieben. Wir sind so stolz auf dich und gratulieren Malika und dir zum Sieg dieser wunderschönen Letztens-Staffel. Zu Miffs Antwort folgten nur wenig später, lieber Angelo Kelly, kommentierte sie seinen Instagram-Beitrag, vielen Dank für diese wundervollen Worte. Diese Zeit wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil es so schön war. Ich bin so stolz auf Gabriel. Er hat es mit dem Herzen gemacht und das ist was zählt. Danke für die Werte, die ihr ihm als Sohn und Mensch vermittelt habt, ihr seid eine tolle Familie. Letztens 2025, wird Angelo Kelly Kandidat? Ging es nach Moderator Daniel Hartwig, wird Angelo Kelly 2025 an Letztens teilnehmen. In den Live-Shows winkte dieser bisher allerdings ab. Das wird teuer, so Angelo Kelly scherzhaft. Ausg 285 ? wallpaper ? ? ? ом ?